Guten Abend bei Rothundis Gaming Area. Heute ein bisschen später, aber nichtsdestotrotz geht es heute weiter mit dem Mystery Stream. Wir spielen wieder das schöne Spiel Fee und kämpfen mit einem oder versuchen mit einem kleinen Welpen die Welt zu retten. Im Moment habe ich ja ein bisschen Probleme bei dem Spiel, weil mir ja unheimlich viele Diamanten fehlen. Ich hoffe, dass ich trotzdem weiterkommen kann. Das werden wir aber jetzt gleich sehen. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir das Spiel. Ich habe heute auch ein bisschen ein leichtes Hals kratzen. Ich weiß nicht, was da los ist. Hoffen wir mal nicht, dass ich krank werde. Hätte ich jetzt überhaupt keine Lust dazu. Aber wer hat auch schon Lust, krank zu werden? So, das Spiel startet. Aber es dauert. Ich muss ja gestehen, es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist von Origin. Aber, also EA. Aber Origin braucht immer so lange, bis es startet. Das ist nervig. jetzt aber nun ja ja mein hals nun haben wir es dann spielen das da unten alle symbole also machen wir hier auch weiter ja klettere auf bäume um dich umzusehen und zu orientieren sehr guter hinweis mache ich auch immer mache ich ganz brav und artig du kannst an jedem ort ein leitvogel herbeirufen auch das habe ich schon oft gemacht ja besser so wo waren wir denn hier ach stimmt ich bin ja jetzt hier auf der anderen seite drüben genauso war das so mit dem neuen controller sollte das jetzt auch wieder besser gehen kann ich irgendwie rein eigen aus das war einfach nur vorrennen baum ist eigentlich umsonst was kann ich von hier oben sehen nichts kann ich von hier oben sehen irgendwas muss ich doch von hier oben sehen also aus irgendeinem grund darf ich hier hoch aber warum ich bin nach dahinten oh da sind wieder ganz viele davon den von den leuten wo muss ich hin muss da runter ne gut wenn ich darüber muss mein gott da unten ist alles mögliche gefangen alle gucken nach oben also die kleinen fächer die gucken nicht nach oben die gucken mich an wo will ich hin so holen wir erstmal mein vogel vogel was will ich hier machen was will ich hier tun ich will darüber was was will ich hier ich will an diesen da ok ich verstehe ich will an den baum exo hey hoots discord spinnt gerade bei mir falls du was geschrieben haben solltest hab nichts gesehen nichts sehen können bei mir spinnt discord auch also wenn du willst komm einfach in den discord channel das müsste funktionieren einfach in den discord channel kommen und schon bist du da so jetzt ist er hier erstmal beglückt jetzt darüber aber wie komme ich zu dir ah hier ist ein baum ok jetzt bin ich auch da sehr schön sehr schön geht ja nicht dass mich keiner auslacht wenn ich dann wieder falle jetzt hatte die auch so vor einer halben stunde ungefähr geschrieben was ist halt mit fehl ist also übers handy weil er auf pc als spinnt und die nachricht geht auch gar nicht raus wenn ihr die nachrichten gehen auch nicht raus und ich muss gestehen ich habe heute ein bisschen länger gebraucht weil ich äh weil ich erst noch kleinigkeit einkaufen muss ne dementsprechend wollte ich eigentlich schreiben dass es heute ein ticken später wird aber da discord ja einfach nicht beschließen möchte heute nachrichten rauszuhauen warum auch immer äh konnte ich dir das auch nicht schicken also warte mal irgendwie komme ich da gar nicht hin ich brauch den da wiii machst du dann wieder übertragen hier bei discord das ist für eine zeitverzögerung ja 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 kriegst du sofort lass mich nur kurz den ein obwohl kann ich eigentlich direkt machen kann ich eigentlich mach ich direkt nicht dass da äh mal gucken ob discord überhaupt macht also dieser discord heute heute irgendwie ein bisschen problem kit sonst kleines sorgen kind so schön zu funktionieren na dann dann schon mal gut so wie war der vogel wo will ich hin dahinter darunter immer noch dahinter immer noch nicht so sicher ob das so so ich nehme den blumen und nun was passiert jetzt vogel will dass ich wieder zurückgehe ich weiß nicht ob ich das gut finde vogel will dass ich hier in die mitte gehe was mache ich mit dem will denn dem nicht gesehen werden jetzt siehst du mich und ich in dich rein oder was mache ich mit dir eh oder rede ich mit dem ich kann den ich kann den an jodeln und jetzt jetzt krabbelt er weg ja krabbel ich ihm immer hinterher was ist mit dir warum krabbelst du weg kollege ich habe ein bisschen kürzere beine und ich muss die dinge mehr aktivieren okay woher komme ich denn da hin hier drüben okay habe ich meinen weg gefunden woher hin kollege schnittschuh bleib stehen auf durch die gegend zöpfen dann muss ich die ganze zeit gucken habe ich irgendwo diamanten verpasst voll gemein kann nicht so schnell laufen wie du auch wenn ich jetzt wieder extra habe die hier mit ihren adleraugen alles finden wird so gut zu meinen augen ist auch wieder nicht ja du siehst auf jeden fall immer mehr als ich ja weil ich das spiel halt schon kenne und ich habe sogar letztes mal nachgeschaut wie weit ich halt auf der xbox bei dem spiel bin und ich bin eigentlich so gut wie fast durch bis auf so vereinzelte kristalle die habe ich zwar gesehen aber ich habe keinen weg hoch gefunden jeder kann irgendwas kaputt machen aber da brauche ich erst eine munition ja da ist so eine blume drin ja da ist so eine blume drin da komme ich wahrscheinlich an den diamanten aber da ist auch noch mal irgendwas ich muss jetzt mal gucken wo ich hier überhaupt einen diamanten äh so ein schuss ah da hinten ist so ein schuss okay ich sehe ah nasio ich fühle mich so ein bisschen wie bei Takeshi Castle bei diesem surfspiel weißt du das kennst oh nein du sagst mir jetzt nichts verdammt wie komme ich jetzt wieder da hoch eventuell vom namen her gehört aber das war es auch also Takeshi Castle solltest du mal googeln was das ist das sollte man kennen nope jetzt muss ich nochmal eine ganze runde fahren verdammt in der zeit kannst du mal nach oben gucken ob du kristalle siehst oder mal nach unten je nachdem ich denke eher dass ich nach oben muss weil die dinger die ich hier eingeschlossen habe sind ja nach oben gehen ja nach oben ich muss hier oben an die pflanze glaube ich ran ja ich meine mit der könntest du auch reden ja deswegen ist ja auch so eine rede pflanze so wedel 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 diesmal verpasse ich den baum nicht baum 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 ist das nervig das musste jetzt ein paar mal machen das sehe ich schon oh warte mal da ist ein baum ja nicht mit dem ding und dem baum nein mit dieser munition kannst du nicht klettern und auch nicht fliegen und auch nicht rennen ja da ging es weit nach unten für mich äh wo ist denn jetzt nochmal mein weg das ist nicht mein weg ich will nach wo ist mein weg das ist nicht mein weg das ist mein weg nee das ist auch nicht mein weg das ist mein weg ne dann muss es in der ecke sein ja hier ist es rennen 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 hüpf 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 verdammt das haben sie nicht schön gemacht da muss man ja ganz wieder von ganz von vorne nach oben das ist ja voll weit dann fallen die so weit runter nephew würde ich das hier glatt machen so ne warte mal da bin ich noch aber warte mal ha 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 hier kann ich ja abkürzen hier ist ein baum Ja, aber da komme ich trotzdem nicht bis da rüber, oder? Oh, doch komme ich... Uh! Okay. Bisschen kann ich abkürzen. Hmm. So, an dem Baum. Bisschen. Munition. Und ich schaffe es. Wow. Gerade so. Das war knapp. Das war sehr knapp. So. So. Versuche einfach von hier aus zu schießen. Sollte ja funktionieren. Feuer. Sehr gut. Will ich da auch gleich hin? Weile noch nicht. Wo komme ich mit dir hin? Mit dir komme ich hier hoch. Oh, sehr gut. So. Was machst du jetzt? Äh, äh, okay. So, dann wieder zwitschern. Oh, das kann ich bestimmt da rüberwerfen. Ja, kann ich. Perfekt. Moin. Was hast du noch schön aus für mich? Oh, du bist noch so eine Blume. Hm, aber dann kriege ich doch keine Diamanten. Vielleicht ist das da hinten in der Ecke. Warum habe ich keinen Diamanten gefunden? Nein, Diamanten finden. Oh, schweb. Wie. Okay. Kollege, ich bin wieder da. Geh mal hin. Geh mal hin. Okay, er ist wieder auf Wanderschaft. Wir wandern natürlich mit. Ich will aber kurz da runter gucken. Ich glaube, so ist die Befürchtung, dass da unten ein Diamanten sein könnte. Ne. Geh es nicht. Geh es nicht. Nein, Käse. Na gut, Kollege. Dann verfolge ich dich wieder. Äh, da komme ich wieder nicht hoch. Oh, Herrgott. Ich hasse es, wenn ich über Bäume springen muss. Ich habe Glück gehabt. Also. So, ich bin da. Hüpf. Mein Baum. So. Ich bin da. Können weiter. Kollege. So. Alles weiter. Weiter, weiter. Ins Verdammt. Ach, verdammt. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle. Wenn ich jetzt falle, falle ich ja noch tiefer. Oh, da hinten ist eine Lücke. Da ist doch bestimmt was drin. Da ist doch bestimmt was für mich drin. Da will ich noch nicht hin. Vielleicht ist da was. Hier ist doch irgendwo bestimmt was für mich. Nee. Natürlich ist nichts hier für mich. Gemeinheit. Oh, was ist da unten? Oh, was ist da unten? Da komme ich ja. Kann man das Spielzaun ein bisschen leiser machen. Ich bin ja mal kurz hier oben. Oh, hier ist was, mit dem ich wieder reden kann. Aber eigentlich ist das nicht dahin, wo ich hin will. Oh, hier dreht sich jetzt alles. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß nämlich noch nicht, wo ich hin will. Wo will ich hin? Und was ist das? Ach, das ist ein Baum. Ein eingenetzter Baum. Okay. Wo finde ich jetzt wieder Munition? Oh, das sind die Fliegeblumen. Für mich bist du der hin. Oh, ich habe Angst. Oh, nein. Das war eine gute Idee. Oh, Glück gehabt. Du kannst sagen. Okay, ich brauche Munition. Okay, in die andere Richtung laufen wir einfacher. Mit dem Fluss. Und wo finde ich Munition? Da hinten. Oh, das wird eng. Oh, gut gehabt. Okay, ähm. Okay, Zwitsche. Wo ist mein Freund? Wo ist mein Freund der Baum? Da hinten. Ganz am anderen Ende. Na gut, muss ich ein bisschen im Moment warten. Hast du schon ein Kristall gesehen? Hm, bis jetzt noch nicht. So. Hallo, Mr. Baum. Wir sind jetzt mir. So. Jetzt kann ich von hier oben. Noch nix. Bis zum nächsten Mal. Also, chill. Bien, dass es mir geht.